Kurz nach dem Start geht's gleich zur Sache. Klaus Bachler und Markus Winkelhock geraten aneinander, das Rennen damit frühzeitig unterbrochen. Nach einem Duell über mehrere Runden geht Sven Barth an Indy Donche vorbei, doch Barth verbremst sich und fällt zurück. Mathieu Jaminet vom Küsteam Bernhard Seite an Seite mit Florian Spengler. Aber alles sauber gelaufen, Jaminet rückt damit auf Platz 8 vor. Dann diese Szene. Christopher Mies rauscht nach der Boxenausfahrt in den führenden Luca Stolz. Stolz kann zwar weiterfahren, Robert Rehnauer übernimmt im Porsche aber die Führung. Doch das Team von Herbert Motorsport muss noch zum Fahrerwechsel in die Box. Sven Müller übernimmt das Cockpit von Robert Rehnauer und bleibt vorne. Der Kampf ums Podium spitzt sich zu. Mirko Bortolotti im Lamborghini Huracan geht vorbei an Marvin Kirchhoeffer und damit rauf aufs Podium. Sven Müller und Robert Rehnauer gewinnen den ersten Lauf am Lausitzring. Luca Stolz und Luca Ludwig werden Zweiter. Jubel bei Herbert Motorsport und beim Team Zagspeed. Rang 3 geht an das Duo Peres Kompank und Bortolotti. Das Rennergebnis im Überblick. Sven Müller und Robert Rehnauer übernehmen damit die Führung in der Gesamtwertung. Ja und werden ja auch in diesem Jahr wieder vereint auf dem Precourt Herbert Motorsport Porsche Robert Rehnauer und Sven Müller. Jetzt kommen wir, ich habe es angekündigt, zum Aust Audi und da haben wir für zwei Autos, die Frank Aust in diesem Jahr einsetzen wird, bereits drei Piloten feststehen. Also ein Cockpit ist noch frei. Na gut, ich habe keine Zeit, weil ich mich freue, das ADAC GT Masters wieder für Sport 1 kommentieren zu dürfen. Aber vielleicht können uns die Piloten sagen, wer dann auch auf das freie Plätzchen rücken wird. Wir gucken mal, wen wir in der Leitung haben. Das müssten sein Maximilian Hackländer, Nikolaj Rojewü und Hendrik von Danwitz. Da sitzen Sie. Wunderschönen guten Mittag, Jungs. Alles klar bei euch? Ja, soweit alles gut. Am Arbeiten, anständig. Ich würde mit Max gerne mal anfangen. Du hast die kleinste Inventarnummer. Du bist ja schon einige Jahre mit Frank unterwegs, mit Frank Aust. Max, erzähl mal, wie war die lange Pause jetzt für dich und wie sehr freust du dich endlich ins Cockpit wieder klettern zu dürfen? Ja, also ich freue mich auf jeden Fall eine ganze Menge drauf, wieder starten zu können. Ich habe mich, wie die meisten auch, mit ein bisschen Simracing über Wasser gehalten, sage ich mal so. Also das macht auch eine ganze Menge Spaß. Ich hatte ja auch ein paar gute Rennen. Aber wir waren jetzt schon einmal wieder testen, vor zwei Wochen ungefähr. Und ja, echter Motorsound ist durch nichts zu ersetzen. Also das steht immer fest. Das steht fest, das ist gut. Du hast mit Nikolaj Rojewü einen alten Teamkollegen zurück an deiner Seite. Der ist mal ein Jahr fremdgegangen. Nikolaj, zurück quasi in alte Gefilde. Kann man das so sagen? Ja, genau. Also wir haben eigentlich schon immer Kontakt gehabt zu Aust und wir waren halt ein Jahr jetzt weg bei Mücke und jetzt wieder zurück bei Aust. Der Test war auch sehr, sehr positiv in Hockenheim, wo wir hatten. Und ja, ich freue mich aufs Jahr und mal schauen, was so möglich ist. Mal schauen, was möglich ist. Du musst uns mal ganz kurz erklären, wo bist du eigentlich? Ich sehe im Schaufensterhintergrund ein paar Schlittschuhe, die da rumhängen, ein Hinweisschild, wo es zur Toilette geht. Wo bist du gerade? Was machst du bitteschön da? Ich sitze gerade bei einer Eislaufbahn, also Schlittschuhbahn. Und hier ist ein Dolda in Zürich. Das ist Dolda Classic, nennt sich das. Das ist ein Autotreff für klassische alte Autos. Und weil ich halt mit Simulatoren arbeiten werde, ab September sind wir hier ausgestellt mit unserem Simulator. Kann ich von hier aus leider nicht sehen. Aber ja, ich müsste jetzt eigentlich arbeiten, aber ich kann jetzt für das Interview halt schnell 15, 20 Minuten weggehen. Das ist super und man sieht, dass durchaus auch noch anständig und normal gearbeitet wird. Hendrik von Danwitz, das ist der Dritte im Bunde. Du bist so ein bisschen der Solist, zumindest für den Moment noch. Vor zwei Wochen gab es die Meldung, dass du ins ADAC GT Masters mit Austen Motorsport einsteigst. Erstmal willkommen, das wird deine Rookie-Saison. Wie viele schlaflose Nächte gab es bis jetzt schon? Ja, erstmal Dankeschön. Ja, bis jetzt geht es eigentlich noch. Es sind ja noch zwei Wochen. Also wie gesagt, wir sind alle... Ich freue mich drauf, mit dem Team mit auszustarten. Und ja, bis jetzt geht es noch. Aber wir wissen alle, dass es eine große Aufgabe wird. Aber ich freue mich drauf. Ja, das hört sich doch gut an, wenn man sich darauf freut. Hendrik, die Frage muss natürlich sein, gibt es denn schon irgendwelche Kandidaten, die neben dir Platz nehmen werden im Auto mit der 4? Soweit ich weiß, gibt es schon ein, zwei Kandidaten, aber ich darf leider noch nicht sagen, wer es nun letztendlich will. Ja, du könntest ja mal so einen Vornamen nennen, also zumindest mal so einen Hinweis. Irgendwas müssen wir dir doch entlocken. Ja, so viel weiß ich. Das Team hält sich da auch relativ bedeckt. Also so viel weiß ich dann leider auch noch nicht, dass ich da was sagen könnte. So, da müssen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen nachbohren. Max, lass uns mal gemeinsam eine Szene letztes Jahr vom Sachsenring anschauen. Da haben wir tolle Bilder. Es fehlt ja immer wieder nach tollen Trainingsergebnissen mal so der richtige Durchbruch, wo wir dich endlich mal auf dem Podium sehen. Kann das mit Nikolaj vielleicht in diesem Jahr endlich mal klappen? Wir sehen hier das Duell mit Ferrari, mit Mercedes, mit Lamborghini Huracan. Also diese Markenvielfalt, acht Hersteller, ist ja nach wie vor gigantisch. Aber kann mit Nikolaj jetzt im zweiten Versuch der große Sprung aufs Podium endlich klappen? Ja, also ich glaube, dieses Jahr mit Nikolaj kann auf jeden Fall sehr gut werden. Wie gesagt, wir hatten vor zwei Wochen den Test, da waren wir, ich sag mal, annähernd gleich schnell. Und was ja immer eine gute Voraussetzung ist, wenn man zwei wirklich gleich schnelle Fahrer hat. Und dass wir grundsätzlich innerhalb von Top 10, Top 5 Qualifying-Ergebnisse rausfahren können, haben wir ja schon gezeigt und von daher, von da aus, aufs Podium ist auf jeden Fall möglich, ja. Aufs Podium in der Liga der Supersportwagen. Ich glaube, Nikolaj, unumstritten das härteste, was man sich aussuchen kann im GT3-Sport. Warum genau diese Herausforderung? Ja, man muss sich halt im Motorsport eigentlich immer beweisen, Tag für Tag. Und wenn du dann in die stärkste Klasse eigentlich reingehst, ADC GT Mars, das ist halt extrem stark besetzt. Und wenn man sich da beweisen kann, dann ist es natürlich umso besser. Und man möchte halt im stärksten Feld mitfahren und zeigen, dass man vorne da dabei sein kann. Wie sehr, Nikolaj, wünschst du dir das erste Podium? Also, ich hatte ja schon mal ein Podium in GT Masters. Es wäre schön, wieder mal drauf zu sein. Ich denke, mit unserer Fahrerpaarung könnte das auch gut klappen. Ja, also ich freue mich extrem aufs Jahr und ich habe auch ein gutes Gefühl dabei. Ein gutes Gefühl. Henrik, du kommst vielleicht für die, die noch nicht ganz so fit sind mit dem, was du bis dato gemacht hast, aus der Langstrecke am Nürburgring. Ja, genau. Ich bin jetzt drei Jahre GT4 am Nürburgring gefahren. Und ja, jetzt, ich komme aus dem Kartsport im Sprint und jetzt wollte ich mal wieder zurück ins Sprint. Und dann kam das Angebot von aus, ja. Und dann habe ich natürlich nicht dreimal nachgedacht, wenn das Angebot kommt, den GT Masters zu fahren. Dann haben wir das gemacht. Und ja, ich freue mich echt super drauf. Beschreib doch mal unseren Fans, unseren Zuschauern, wie es war, das erste Mal in einem GT3-Auto zu sitzen. Ich meine, wir haben ja beide Autos in einem Studio, in einem GT4 und in einem GT3. Das ist leistungsmäßig von der reinen Motorleistung gar nicht so ein großer Unterschied. Aber dann das Bremsen, das Einlenken, die Kurve. Beschreib mal deinen ersten Eindruck, den du hattest beim ersten Rollout mit einem GT3-Rennauto. Ja, ich bin in Hockenheim auch bei dem Test, wie gesagt, vor zwei Wochen das erste Mal gefahren. Und ich bin aus der Boxengasse Pit Limit heraus. Und ich dachte mir so, wow, also die Beschleunigung ist nicht so viel besser. Aber dann das erste Mal anbremsen hat man direkt viel mehr Zug auf der Bremse. Ja, und die Aero ist einfach, also viel mehr im GT4 hast du ja kaum Aero, nur mechanischen Griff. Und ja, das ist schon ein Riesenunterschied, aber macht mega Spaß. Wie bereitet man sich, Hendrik, auf den Zweikampf vor? Du sagst Langstrecke, Nürburgring, das sind vier Stunden Renndistanzen, wo man doch eher über die Strategie seine Rennen entscheidet. Jetzt mit ausgefahrenen Ellenbogen. Ich sage mal, wenn man da so in der Carbon Area unterwegs ist, muss man, wie bereitet man sich auf sowas vor? Kann man sich da drauf vorbereiten? Also ich kenne es ja früher aus dem Kartsport, da war es auch so. Also da ist auch auf Kontakt gefahren. Aber ja, ich glaube, so richtig vorbereiten darauf kann man sich nicht. Ja, ich denke, man muss viel lernen, aber dann, wenn man einmal alles mehr oder weniger verstanden hat und ein paar Rennen mal gemacht hat, ist man, denke ich, mal drin. Und dann, ja, ist Sprint letztendlich doch nochmal eine andere Nummer als ein Lonscheck-Rennen. Ich versuche es jetzt nochmal. Max, weißt du denn, wer als vierter Pilot bei euch dazukommt? Nee, ich weiß es auch nicht. Also Frank hält sich da bedeckt und will nichts verraten. Ich hoffe, dass er gut wird und uns bei unserer Arbeit unterstützen kann, vor allen Dingen Setup-Arbeit. Das wäre ganz gut. Aber Hendrik hat schon mal gezeigt, dass er auch gut dabei sein wird, denke ich. Und dann können wir auf ihn auf jeden Fall schon mal zählen. Okay, Max, lass es mich so formulieren. Wer war denn bei dem Test in Hockenheim noch dabei, den wir jetzt hier nicht auf dem Monitor erkennen können? Da musst du vielleicht mal Frank fragen. Ich glaube, er ist ja auch da. Dann fragst du den am besten mal hinter der Kamera. Wenn ich dir jetzt nichts erzähle, was ich vielleicht nicht erzählen sollte. Dann warten wir einfach auf in 14 Tagen, wenn wir zum offiziellen Test am Lausitzring anrücken. Irgendjemand wird an der Seite von Hendrik im Cockpit sitzen. Euch dreien danke ich für den Moment. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Nikolaj muss noch ran, seine Simulatoren an den Mann bringen und euch insgesamt eine gute Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns in den 14 Tagen alle am Lausitzring sehen zu dem offiziellen Saisonstart 2020. Jungs, schönen Sonntag noch und vielen Dank euch. Danke gleichfalls. Danke, ciao. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich werde gleich Frank Auster zu mir interviewen. Hat ja das Auto hier nach Wiesbaden heute gebracht. Wir kommen zum Social Block und da schauen wir uns mal die erste Kategorie an, woran wir merken, dass es wieder losgeht mit dem Rennfahren. Die Grid Girls werden langsam wieder eingegleitet. Hier aus dem Hause Ravenol, ja der Partner von PS on Air, der Ravenol ADAC geht ihm erst das Talk. Den Rest des Social Blocks, den haben wir heute einfach mal geskippt, weil ein Mann, der uns das ganze Jahr, die ganze Saison PS on Air immer unterhalten hat, ziemlich übel ausgesehen hat Anfang der Woche. Hier sehen wir noch das Bild mit eingegipsten Armen. Und jetzt wollen wir mal nachfragen, Jens Klingmann, was ist da passiert und wie geht es dir? Erstmal, es ging schon mal besser. In der Tat natürlich, man kann es sehen, der Gips ist zum Glück weg. Es sind jetzt nur noch zwei Schienen. Ich kann die Handgelenke schon wieder auch ganz gut bewegen und kann wieder schön winken. Deshalb bin ich auf dem Weg der Besserung, was schon mal ganz wichtig ist. Ich war ja beim Fitnesscamp mit BMW in Italien, beziehungsweise mit meinem guten Freund und Kollegen, mit dem Martin Tomczyk. Und ja, wir waren auf dem Rennrad, dummerweise erster von fünf Tagen direkt ganz am Anfang und sind hintereinander gefahren, als dann im Kreisverkehr ins Rechtszimmer die Vorfahrt genommen hat. Und der Martin hat es vielleicht so viel auf ein paar Zentimeter eben noch vorbeigeschafft und ich dann eben leider nicht mehr konnte nicht mehr ausweichen. Dann mit den Klickpedalen, einen kompletten Vorwärtssalte und dann eben mit beiden Handgelenken auf eine sehr hohe Bordsteinkante bin ich dann geknallt und habe dann direkt gesehen, dass das rechte Handgelenk in einem sehr ungünstigen und sehr unnatürlichen Winkel wegstand und habe es dann versucht, so im Schock so ein bisschen wieder hinzustellen. Aber es wurde dann eben nichts mehr und dann Krankenhausröntgen. Lange Geschichte kurz. Am Schluss war ich dann in München wieder und wurde eben hier am Dienstag operiert, also noch nicht ganz eine Woche her, hat super geklappt, drei Stunden OP und jetzt geht es dann ab Montag in die Physiotherapie, in die Reha und dann auch zurück nach Italien ins Fitnesscamp, um da eben dann die Kraft aufzubauen noch ein bisschen und damit ich dann wieder hoffentlich dann beim ersten GT Masters Rennen wieder im Auto sitzen kann und komplett bei 100 Prozent bin wieder. Also das hört ja schon, beim Zuhören tut das ja schon weh und schmerzverzerrt. Wir haben ein Bild vorbereitet, Jens. Also erstmal Wahnsinn, was da passiert ist, aber wir haben ein Bild vorbereitet. Das zeigt jetzt dein rechtes Handgelenk. Erzähl mal, was ist denn da eingesetzt worden? Das sieht relativ massiv auf. Genau, ja, rechts ist eben die Seite, die ein bisschen schlimmer war, weil es eben sehr ungünstig wegstand. Da wurde eine Platte eingesetzt mit, in dem Fall sind es glaube ich, fünf Schrauben. Mich hat es auch gewundert, dass die Schrauben so lang sind. Die kommen ja am Knochen auf dem rechten Bild schon fast an der Unterseite wieder raus. Aber schon fühlen durch die Haut, oder? Wenn so verschraubt wird, dann heilt es natürlich deutlich schneller und man muss eben nur noch quasi warten, bis der Knochen ganz vorne zusammenwächst und man kann auch dementsprechend die Hände viel früher bewegen. Links sieht es nicht ganz so schlimm aus. Da habe ich die Nummer kleiner, die Sparversion, bekommen mit der linken Platte. Die ist glaube ich halb so groß, wenn überhaupt, aber es ist das gleiche Prinzip und sind noch zwei eben deutliche Narben. Und die Platte, die habe ich jetzt erstmal wahrscheinlich für ein bis zwei Jahre, sage ich mal. Man kann die sein Leben lang drin lassen tatsächlich, was ich auch nicht wusste. Ja, das geht. Das Problem ist nur, wenn ich dann mal wieder aufs Rad steige und das nochmal vorkommen sollte, was ich wirklich nicht hoffe, durch die Schrauben ist dann eben, das alles sehr fixiert und dementsprechend, wenn nochmal was sein sollte, dann reißt es eben alle Schrauben direkt mit raus und dann wäre das nochmal deutlich schlimmer. Deshalb lasse ich sie raus machen, aber das mache ich dann mal neben der Saison und nicht so ganz knapp so ein paar Wochen vor der Saison. Mach es nur rechtzeitig. Ich habe da mal lange gewartet und habe jetzt zwei abgebrochenen Schraubenköpfe. Also die Gewindegänge habe ich noch im Schlüsselbeinschulterbereich. Die Schraubenköpfe sind beim Rausdrehen abgebrochen. Aber Jens, du hast gesagt, dass du, um das vielleicht nochmal kurz aufzugreifen, zum Saisonstarter wieder fit sein willst. Du willst uns jetzt nicht erzählen, dass du in vier Wochen in einem Rennauto sitzt und neben Marius Zug, der ja dein Teamkollege geworden ist für MSGT Racing, am Lausdrehen Saisonstart im Cockpit sitzen willst. So verrückt bist doch du nicht, oder? Doch, das hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen. Also im Krankenhaus, die erste Diagnose weißt du natürlich nicht, bevor es dann alles im CT war und ordentlich dann auch wieder repariert wurde, in Anführungszeichen. Und die Ärzte sagen, ehrlich gesagt, sechs Wochen dauert es. Das wäre aber eine Woche nach GT Masters. Und dementsprechend habe ich da aber gute ärztliche Hilfe und ich will das in vier Wochen schaffen. Da gibt es auch so ein Magnetfeldtherapiegerät. Das habe ich mir nach Hause bestellt. Das benutzen viele Sportler, auch Skifahrer, habe ich gehört. Und da soll der Knochen bis zu dreimal schneller zusammenwachsen. Das ist jetzt mal ein Versuch wert. Also ein dreimal schneller glaube ich jetzt nicht. Aber auch wenn es nur, keine Ahnung, eine Woche sparen würde, also ein Viertel schneller wäre, 25 Prozent, dann wäre ich schon happy. Und ich habe jetzt Ende Juli, ich glaube am 2., lass mich nicht lügen, so um den 22. rum habe ich ein Röntgenbild nochmal hier im Ort in München direkt, wo man dann sehen kann, ob der Knochen eben schon komplett zusammengewachsen ist. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich auf jeden Fall am Start. Das muss das Ziel sein. Und ich will da auch nicht den Marius oder mein Team im Stich lassen. Und auch BMW Motorsport genauso wenig. Und das ist ja auch das, was du als Rennfahrer im ersten Moment da im Graben denkst. Denkst du erst mal, oh, das sieht nicht gut aus, jetzt bin ich weg. Das kann es ja auch gewesen sein, du weißt ja nie, was genau ist. Und das war mir eine ganz große Sorge. Und jetzt verpasse ich wahrscheinlich nur eben das VLM-Rennen, VLM 2, 3 jetzt in ein, zwei Wochen. Und dann GT Masters, bin ich dabei, Stand heute. Wir werden das beobachten und wünschen dir ganz viel Glück bei deiner Genesung. Aber mit dieser Magnetfeldtherapie, ich glaube, ich schicke dir immer meinen jüngsten Sohn und Mann vorbei. Der wird gern noch 10 Zentimeter wachsen. Vielleicht hilft das ja nicht nur beim Zusammenwachsen, sondern auch beim Mehrknochen länger werden wachsen. Gute Besserung, Jens Klingmann und liebe Grüße nach München. Vielen Dank, bis ganz bald, danke. Also Wahnsinn, was heute möglich ist. Und ja, das zeigt einfach auch den Spirit, das Holz, aus dem Rennfahrer geschnitzt sind. Jens Klingmann, der sagt, na klar, bin ich in vier Wochen am Start. Und da können Sie mal von ausgehen, das wird funktionieren. Was auch funktioniert, ist der schnellste Markenpokal Deutschlands. Das ist der Porsche Carrera Cup. Seit über 30 Jahren gibt es das Unterfangen. Auch ich durfte mich da mal drinnen tummeln. Und was sind da für große Rennfahrerkarrieren draus erstanden? Nicht meine, aber wie viel Le Mans Siege, wie viel ADAC geht die Masterstitel von Menschen, die im Porsche Carrera Cup sich ihre ersten Sporen abgeholt haben. Oder Menschen, die gesagt haben, da kann man doch mit ganz viel Erfahrung auch noch richtig viel Meter sammeln. Michael Ammermüller ist ein gutes Beispiel für den Porsche Markenpokal. Dies Jahr auch wieder Teil der ADAC Motorsport Wochenenden. Schauen wir uns mal an, was da so geboten wird. Der Porsche Carrera Cup Deutschlands ist für uns extrem wichtig. Der Porsche Carrera Cup ist für uns extrem wichtig. Das ist ein kleineres Wettbewerb. Das ist ein F temperament, das ist ein kleineres Wettbewerb. Das gehört dazu, ein bisschen der Kontakt. Das war ein großer Kampf mit der Team. Das war schön, war mal was anderes. Das liegt in unserer DNA bei Porsche, um jede Sekunde zu kämpfen. Das macht mega Spaß. Der war unglaublich gesandt. Wir sind extrem froh, dass wir jetzt hier den 30. Geburtstag dieser sehr erfolgreichen Rennserie feiern können. Das waren die tollen Bilder aus dem Porsche Carrera Cup. Ich freue mich, den Vorsitzenden der Geschäftsführung Porsche Deutschland GmbH Alexander Pollich und Porsche Markenbotschafter Timo Bernhard in Stuttgart im Museum begrüßen zu dürfen. Wunderschönen guten Morgen. Herr Pollich, mit Ihnen würde ich gerne starten. Motorsport für Sie kein Neuland. In Ihrer Tätigkeit in Kanada und Großbritannien waren Sie durchaus involviert. Im letzten Jahr hat der Porsche Carrera Cup 30 Jahre gefeiert. Ja, also definitiv ein Rookie im Motorsport bin ich nicht mehr. Wenn man wie ich 19 Jahre bei Porsche ist, ist relativ klar, dass man sehr früh schon mit dem Motorsport und der Rennstrecke in Kontakt kommt. Und ich hatte die Gelegenheit, vor allem dann in Kanada und in UK dann wirklich auch Erfahrungen zu sammeln mit den dortigen Markenpokalen. Aber ich muss schon sagen, also der Carrera Cup Deutschland ist schon noch mal eine ganz andere Nummer. Das ist sicherlich eine hochemotionale Geschichte gewesen letztes Jahr, wo wir das 30-jährige Jubiläum gefeiert haben. Und das ist schon eine besondere Carrera Cup. Es ist ja der erste, der älteste und auch der erfolgreichste Markenpokal. Ja, alles in allem doch eine sehr schwierige Zeit für die gesamte Automobilbranche. Herr Pollich, wie sah denn für Porsche der Markt in Deutschland zuletzt jetzt aus? Also absolut richtig. Die letzten vier Monate waren für uns sehr, sehr herausfordernd. Nicht nur für Porsche Deutschland, aber auch für unsere Händler, die Mitarbeiter in den Porsche-Zentren, auch für die Kunden. Das ist ganz klar. Sowas hat es noch nie gegeben. Die Showrooms waren zu von Mitte März bis Ende April. Das war eine große Herausforderung. Für uns stand im Vordergrund immer die Sicherstellung der Gesundheit von den Mitarbeitern in den Porsche-Zentren und auch von unseren Kunden. Da haben wir sehr viele Maßnahmen ergriffen. Ich denke, wir sind jetzt durch die Talsohle durch. Wir haben das Schlimmste geschafft. Und die aktuellen Zahlen geben uns schon auch Zuversicht, dass wir durchs Größte durch sind. Und wir schauen also mit vorsichtigem Optimismus jetzt in die Zukunft. Und natürlich wollen wir auch Timo Bernhard zu Wort kommen lassen. Timo, als Markenbotschafter bist du aber auch gleichzeitig Teamchef für das Team 75 Bernhard. Keine leichte Aufgabe auch für euch, glaube ich, in der Zeit. Ja, mit unserem Team 75 Bernhard war das keine einfache Zeit. Vor allen Dingen aus unternehmerischer Sicht mussten wir gegensteuern, weil der Kalender jetzt erstmals ganz anders aussieht. Und ich bin aber froh, dass der ADAC gegengesteuert hat und dass das GT Masters weiterhin aus sieben Rennwochenenden besteht. Das ist ganz wichtig für die Teams und das Signal auch an die Sponsoren. Aber die Rennsaison wird jetzt innerhalb von vier Monaten gefahren, was normal sich über eine sieben Monate Zeit erstreckt. Von daher ist es eine ganz andere Dynamik. Aber ich freue mich, wenn es wieder losgeht. Der gesamte Motorsport bleibt natürlich von der Corona-Krise Covid-19 auch nicht ganz unberührt. Porsche Carrera Cup Deutschland hat daraufhin jetzt einen aktualisierten Rennkalender präsentiert. Wie sieht der genau aus, Herr Pollich? Ja, leider konnten wir die Saison nicht wie geplant starten. Aber wir sind Porsche, wir stecken da nicht den Kopf in den Sand, sondern wir suchen nach kreativen Lösungen. Und die haben wir auch gefunden. Wir haben uns entschieden, auf der eSports-Plattform Raceroom einfach die Saison digital zu starten. Und das ist auch eine richtig gute Sache. Aber selbstverständlich ist es zwar eine tolle Plattform, aber wir freuen uns dann trotzdem, wenn es dann im September losgeht, weil zum Motorsport gehört schon der Gummiabrieb, die Rennstrecke, das Motorendröhnen und der Benzingeruch. Ja, und los geht's mit einem absoluten Highlight, oder? Absolut, ja. Also wir starten nicht irgendwo die verspätete Saison, sondern in Frankreich bei den legendären 24 Stunden von Le Mans. Wir werden da also gemeinsam mit Porsche France, die machen da auch ihren Carrera Cup Frankreich, ein Rennen durchführen. Das ist natürlich eine sensationelle Sache. Und es ist uns auch gelungen, mit dem ADAC trotz der ganzen Corona-Einschränkungen noch ein sehr attraktives Package für den Rest der Saison zu schnüren. Es wird da vier Events geben mit insgesamt zehn Rennen. Ich glaube, das ist wirklich super. Und da können sich die Teams, die Fahrer und die Fans wirklich noch auf einiges freuen. Timo, du bist in diesem Jahr nicht mehr als Fahrer unterwegs aktiv, sondern hast jetzt die Rolle des Teamchefs komplett eingenommen für deine Truppe. Aber dennoch begann ja für dich auch die Laufbahn im Porsche Carrera Cup. Also drei tolle Exemplare habe ich hier. Drei 964, 993 und 996. Ich glaube, auf so einem Auto begann auch deine Cup-Karriere. Absolut. Ich bin ein richtiger Fan des Porsche Carrera Cups, weil da habe ich mir meine ersten Spuren verdient. Das war für mich die Eintrittskarte in den Profibereich. Also der Carrera Cup hat mir alles das an die Hand gegeben. Zum einen von der Ausbildung her, aber zum zweiten auch die Sichtbarkeit und später auch die Möglichkeit, mich zu zeigen, um dann in den Profibereich aufzusteigen, die Spuren zu verdienen und dann auch später zum Werksfahrer zu reifen. Timo, ich kann mich noch gut entsinnen. Vor zwei Jahren warst du Rookie im ADACG Team Masters und das als durchaus erfolgreicher Le Mans. Und Nürburgring 24-Stunden-Gesamtsieger. Jetzt gab es noch mal eine ganz neue Premiere. Du hast dich zum ersten Mal den E-Sport-Aufgaben gestellt. Ja, das stimmt. Ich kenne den Simulator nur aus Entwicklungssicht. Beim LMP1-Programm. Aber ich bin noch nie wirklich ein E-Sports-Rennen gefahren. Das war für mich die Premiere dann in Moss beim Einladungsrennen. Ich habe mich der Herausforderung gestellt. Es war auch toll, diese Erfahrung zu sammeln. Aber ich muss sagen, ich bleibe lieber bei der Realität. E-Sport ist nicht ganz unwichtig. Herr Pollich, als Vorsitzender der Geschäftsführung Porsche Deutschland GmbH, hat glaube ich das auch bei Ihnen in der Konzernstrategie einen enormen Stellenwert? Also tatsächlich ist E-Sports auch Bestandteil unserer Motorsport-Strategie. Also nicht erst seit den Corona-Zeiten sind wir dort aktiv. Wir haben ja schon in der letzten Saison digitale Wettbewerbe ausgetragen. Und es gab tatsächlich auch eine komplette Carrera Cup E-Sports-Saison. Also für uns ist das eine gute Sache. Und es ist auch wirklich beeindruckend, wie realistisch inzwischen die Simulatoren geworden sind. Also insofern ist das fast gleichwertig zu dem realen Renngeschehen. Und es ist halt so, dass uns dieser E-Sports-Bereich auch den Zugang zu völlig neuen, vor allem jungen Kundengruppen ermöglicht, die bisher vielleicht mit der Marke Porsche noch nicht so viel zu tun hatten. Junges Publikum ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Der Porsche Carrera Cup zeichnet sich ja dadurch aus, dass da die erfahrenen Haudegen auf die jungen Wilden treffen. Stichwort Porsche Talent Pool, Timo. Ja, das stimmt. Das ist ein ganz besonderes Programm von der Carrera Cup Organisation, dass man den Talent Pool quasi einsteigern, jungen Fahrerinnen und Fahrern in die Serie die Möglichkeit gibt, sich zu zeigen, dass sie gecoacht werden auf der Strecke, abseits der Strecke und quasi das Rüstzeug kriegen für eine weitere Karriere. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die die Attraktivität des Carrera Cups steigert. Die Talentförderung liegt uns beim Porsche Carrera Cup Deutschland absolut am Herzen. Die jungen Fahrer erhalten ja Unterstützung auf und neben der Rennstrecke. Da ist natürlich ein Fahrercoach dabei. Da ist Beratung dabei, wie man sich fit hält. Da ist mentales Training dabei, weil die Rennen werden ja zum Teil auch im Kopf entschieden. Da ist auch Mediatraining dabei und das sieht man sehr schön beim Timo, was das bringt. Da ist er inzwischen wirklich ein echt geschliffener Präsentator. Da ist auch ein bisschen finanzielle Unterstützung mit dabei. Wir zeigen ihnen auch ein bisschen das Unternehmen Porsche, dass sie auch wissen, für welche Firma und welche Marke sie da arbeiten. Also alles sehr kompakt. Und ich hatte letzte Saison die Gelegenheit, mich mit den jungen Fahrern zu unterhalten. Und ich war wirklich sehr beeindruckt von der Leidenschaft und dem Herzblut, mit dem sie schon für die Marke Porsche und für den Motorsport brennen. Porsche ist immer auf der Suche nach jungen Fahrern und nach jungen Talenten. Der Porsche Experience Day ist das beste Mittel, um da reinzukommen, um da reinzuschnuppern. Warum sollte man sich als Fahrer genau da anmelden? Der Experience Day ist eine Art Schnuppertag des Carrera Cups. Der wird dieses Jahr in Oschersleben stattfinden. Und die Idee dahinter ist, eine Plattform zu geben, zu ermöglichen, wo junge Fahrer auf die Teams treffen. Dass da eine mögliche Kooperation entsteht und dass die jungen Fahrer auch mal reinschnuppern können, wie sich so ein Cup-Auto anfühlt und was bedeutet der Carrera Cup dann überhaupt, ist bei mir im Terminkalender eingeplant und vorgesehen. Und da wird es auch noch ein kleines Highlight geben, aber dazu später eine Saison mehr. Eins würde mich doch dennoch interessieren. Ihr steht da vor zwei durchaus interessanten Fahrzeugen. Also ich beispielsweise sitze auf meinem Vizemeisterauto, dem Porsche Carrera Cup 98. Was steht denn bei euch da hinten rum? Ja, also hinter mir ist der erste vollelektrische Sportwagen der Marke Porsche, der Porsche Taycan. Das ist natürlich ein sensationelles Auto. Das ist für uns nicht nur eine neue Baureihe, sondern ein wirklich neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte. Als wir das Fahrzeug vorgestellt haben, da gab es keinen Zweifel, das Design ist Porsche. Aber es ist auch wirklich ein Porsche von den Fahreigenschaften. Ich meine, da ist kein Motor drin, kein Dröhnen, da gibt es kein Zündschloss, da ist eine Powertaste da, da gibt es kein Drehzahlmesser. Kann sowas wirklich ein Porsche sein? Also da gab es schon Zweifler. Aber ich denke, wenn man das Fahrzeug dann mal fährt und vor allem, wenn man es am Porsche Experience Center auf dem Hockenheimring, dann auf die Rennstrecke bewegt, ich glaube, dann werden alle Zweifel sofort verfliegen. Weil das Fahrzeug, die Technologie, das ist wirklich Motorsport pur. Also wir haben das volle Drehmoment schon ab der ersten Drehzahl. Wir haben eine extrem gute Straßenlage, einfach deswegen, weil die Batterie so tief verbaut ist. Also wirklich sensationell. Und jeder, das gefahren ist, wird sagen, jawohl, dieses Fahrzeug trägt das Wappen völlig zu Recht auf der Motorhaube, obwohl da gar kein Motor drin ist. Und da das Auto so toll zum Motorsport passt, haben wir uns auch entschieden, dass der Taycan Turbo ein Safety Car sein wird für unsere Saison 2020 für den Porsche Carrera Cup Deutschland. Und ich kann Ihnen versprechen, mit 680 PS Systemleistung und 3,2 Sekunden von 0 auf 100 wird er kein Problem haben, das Starterfeld in Zaum zu halten. Und Timo, der Cup Porsche bei dir? Ja, das ist ein tolles Wiedersehen gewesen, weil das war mein Meisterauto des Carrera Cup 2001. Und ganz besondere Erinnerung, ich glaube, du, Patrick, bist damals auch mitgefahren. Ich weiß nicht, welche Platzierung du gemacht hast, aber ich weiß, du warst im Feld mit dabei. Also, ich bin mitgefahren, Timo, aber nur fünf Rennen. Und dann hat Harald Groß gesagt, Simon, du bist einfach zu schnell. Der Timo Bernhard soll doch bitte dieses Jahr Meister werden. Aber ganz im Ernst, ja, das war eine tolle Zeit, auch für mich. Dann habe ich aber irgendwann entschieden, ich rede besser darüber, über das, was ihr auf dem Asphalt so abliefert. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ein ganz besonderes Wiedersehen, ganz besonderes Hallo. Und das Auto sieht nicht nur schnell aus, sondern ist immer noch wahnsinnig schnell. Und ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal die eine oder andere Runde mit drehen darf. Ja, dann bedanke ich mich und liebe Grüße nach Stuttgart ins Museum. Ja, hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann in Le Mans und danach dann beim ADAC GT Masters. Tschüss, Patrick. Wir sehen uns ja eh fast jedes Wochenende beim GT Masters dann. Also, durchaus interessant, was der Porsche Carrera Cup auch in diesem Jahr wieder zu bieten hat in der großen Plattform des ADAC Motorsports. Und das ist das Stichwort. Es geht mit großen Schritten in Richtung Lausitzring für uns jetzt Teil 2, also Rennen 2 aus 2017. Beim vierten Saisonlauf des ADAC GT Masters am Lausitzring war zunächst grün die bestimmende Farbe. Polzetter Mirko Bortolotti und Christian Engelhardt Seite an Seite in Startreihe 1. Christian Engelhardt gibt Platz 2 bereits in der ersten Kurve an Philipp Eng ab. Erstmal alles sauber, dann dieser Dreher von Sven Müller. Der Porsche abseits der Strecke, das frühe Aus für die Tabellenführer Müller und Rehnauer in der dritten Kurve. Daniel Kalwitz in der blau-weißen Corvette. Vor ihm Michael Ammermüller, Kalwitz auf der Innenbahn, geht vorbei auf Platz 7. Klar, das freut auch Kalwitz-Teamkollege Jules Gonon. Für Ammermüller kommt's dagegen noch schlimmer. Nach einer Berührung mit Marvin Kirchhofer fällt der Drittplatzierte der Fahrerwertung mit Plattfuß aus. Nach den Fahrerwechseln zeigt Conor de Filippi im grün-weißen Audi sein ganzes Können und sichert Land Motorsport mit diesem Überholmanöver gegen Ricky Koller Platz 2. Kurz vor Schluss macht sich auch Rolf Ineichen über Kollar her. Ineichen im grünen Lamborghini innen, Kollar hält noch dagegen, aber Ineichen schnappt sich Platz 3. Ezekiel Peres-Compant und Mirko Bortolotti gewinnen den vierten Saisonlauf und stehen zum zweiten Mal an diesem Rennwochenende auf dem Podium. Conor de Filippi und Christopher Mies werden Zweite, Rolf Ineichen und Christian Engelhardt Dritte. Also, noch vier Wochen und dann dürfen wir wieder applaudieren. Bin mal gespannt, wer zum Saisonstart da am Lausitzring erfolgreich sein wird. Nicht am Lausitzring dabei, aber dennoch Teil des ADAC GT Masters. Der ADAC Rennwochenende ist die ADAC GT 4 Germany. Im letzten Jahr gab's die Premiere und jetzt haben wir die nächste Premiere hier an Bord bei PS on Air. Der Ravenol ADAC GT Masters Talk. Es ist die Ginetta. Und eine weitere Premiere, ich habe es angekündigt. Wir haben zum ersten Mal auch einen Studiogast hier in Wiesbaden. Ich stelle mich jetzt einfach hier einen Schritt rüber, dass wir den Gebührtenabstand auch einhalten. Nämlich einer der Piloten und ich freue mich, Cederic Pirro begrüßen zu dürfen, der jetzt hier ist. Cederic, komm zu mir. Komm ins Studio. Einmal High Five virtuell. Zack, genau so wie sich das gehört. Cederic, willkommen zurück an den ADAC Motorsport Wochenenden. In der ADAC Formel 4 warst du schon mal ein paar Tage, ein paar Rennen unterwegs. Und jetzt hast du uns ein ganz neues Rennauto mitgebracht. Ja genau, ich war zuletzt beim ADAC Formel 4 beim GT Masters unterwegs. Dann kurzer Abstecher in die TCR Europe gemacht und letztes Jahr entschieden, dass wir dieses Jahr in der ADAC GT 4 Germany starten. Das ist eine tolle Entscheidung, aber wie kommt man denn auf die Idee, mit einer G-Netta zu starten? Also vielleicht für die Zuschauer zu Hause, alles das, was wir sonst sehen, sind Autos, die man ganz normal bestellen kann, auch als Straßenversion. Das gibt es in Deutschland eigentlich so in der Form gar nicht, eine G-Netta. Das ist richtig. Es ist so entstanden, wir haben eine Vorliebe für britische Automobile sowieso. Und wie dann feststand, wir wollen ADAC GT 4 Germany machen, war klar, es kann nur ein britischer Hersteller werden. Dann kam so langsam die Idee mit dem G-Netta und da haben wir uns reingesteigert. Wir waren direkt verliebt. Die Philosophie hat uns auch gepasst. Und auch unser zweiter Fahrer oder mein Teamkollege, der Robin, der auch schon GT 4 Tests gemacht hat, war auch direkt verliebt, spätestens nach dem ersten Test. Man muss dazu sagen, dein Vater ist ja auch früher sehr erfolgreich Rennen gefahren, auch immer mit britischen Exoten. Ich glaube, der war mal mit einem Jaguar wild unterwegs, oder? Da gab es viele, viele tolle Autos, die er bewegt hat. Ja, das war in der Europameisterschaft mit einem Jaguar E und dann auch Mini Cup. Also es waren ein paar britische Autos dabei. Britische dabei. Robin, dein Teamkollege, zwei Sätze zu dem, mit dem du dich dieses Jahr durch das Feld schlagen wirst? Wir kennen uns halt schon ewig aus dem Kartsport. Genau, ja. Und so ist der Kontakt immer geblieben und der startet halt dieses Jahr als Rookie. Der kommt aus dem Kart, hat GT 4 Tests schon gemacht, aber noch keine Saison. Nochmal zu dem Auto, weil das ist ja glaube ich so das ganz, ganz große Besondere. Du hast gesagt, das Konzept hat euch von Anfang an überzeugt. Wie ist denn das Konzept in der G-Netta? Erstmal, wie du schon gesagt hast, ist es ein reinrassiges Rennauto. Das war uns auch wichtig und halt auf Leichtbauweise. Also so wenig Gewicht wie möglich und PS auf Gewicht. Wie schwer ist die G-Netta? 1.85 Kilo. Das ist relativ leicht. Und ein reinrassiges Rennauto heißt, es ist ein Gitterrohrrahmen? Gitterrohrrahmen, ja. Dürfen wir unter die Haube mal schauen? Natürlich. Wenn wir schon so ein Schätzchen hier haben, machen wir doch mal die Haube auf. Das heißt, hier vorne die Verschlüsse noch öffnen. Zack. Und dann heben wir die gemeinsam hoch, oder? Ja. Legen die einfach mal ein Stück nach vorne. Und dann kann man das glaube ich schon ziemlich gut erkennen, aus welchem Holz dieser Bolide geschnitzt ist. Erzähl mal ein bisschen was zu den Ingredients, also zu den Zutaten, die dieses Auto so besonders macht. Ja, hier sieht man ja gut noch der Gitterrohrrahmen und das Ganze angetrieben wird von einem V6 Saugermotor. Noch ganz klassisch, 3,7 Liter und 380 PS. Motor relativ weit nach hinten, hinter der Vorderachse gebaut, sehen wir hier richtig toll. Tief drinnen, das Getriebe hat vorne keinen Platz mehr. Ne, das ist quasi neben uns fast schon, unterm Cockpit. Unterm Cockpit und dann Hinterachse nach hinten. Wenn man vielleicht die Kamera kann hier mal so ein bisschen mit reinschauen, hier sieht man auch schön wirklich diese Rennwagentechnik. Dreieckslenker, Federbein, das Ganze offen, also gibt es auch keine Rathausschale. Wenn die Haube weg ist aus GfK, dann liegt das hier alles frei. Das muss man auch schon wollen, so ein Auto einzusetzen, oder kann man das so sagen? Ja, man muss es absolut wollen. Man muss mit Herz dabei sein. Leidenschaft, Herz, Emotionen. Genau. Ihr habt zwei Autos, das dürfen wir glaube ich verraten, um einfach auch sicherzustellen, immer genug Ersatzteile dabei zu haben. Genau, das war die Philosophie dahinter, dass wir immer, also wir haben natürlich Ersatzteile so dabei, Einzelteile, aber es ist ja immer irgendwas. Und so sind wir auf jeden Fall sicher. Und wir wollen natürlich auch ab nächster Saison zwei Autos einsetzen. Du fährst, ihr fahrt für Piro Sports. Das ist das eigene Team, das gemeinsam mit dem Vater läuft. Erklär mal uns ein bisschen, wie da die Verteilung ist. Was ist dein Job neben dem Job als Rennfahrer? Wie gesagt, es ist ein Familienbetrieb und ich bin eigentlich in fast allem involviert. Ich wäre gerne mehr in der Technik involviert, aber man kann einfach nicht alles machen. Ich tue halt viel organisieren rundum hinter den Kulissen. Also wenn es jetzt darum geht, ein Getriebe zu tauschen, wärst du der falsche Ansprechpartner? Ich würde es gerne machen, aber das machen dann andere, ja. Wir haben eine Hebebühne, wir könnten sonst mal hochheben und schon mal anfangen drunter zu schauen. GT4 Germany verfolgt im letzten Jahr neben deinen Einsätzen in der TCR Europe am Fernsehen. Ist ja auch eine Serie, die es in sich hat durchaus, oder? Sportlich anspruchsvoll. Auf jeden Fall, da nicht feststand, was wir 2020 machen, habe ich alles ganz genau verfolgt, auch die GT4 Germany. Und zwar ein interessanter Rennen, das Debütjahr war sehr stark und ich glaube, dass dieses Jahr noch stärker wird. Noch stärker wird. Und jetzt mit dabei die Ginetta G55. Gibt es überhaupt eine Straßenversion davon? Von diesem Auto nicht. Also Ginetta baut Straßenfahrzeuge, aber in kleinen Serien, aber das Auto ist nur ein Rennauto. Also schön vorne lange Haube. G325, hast du mir gerade erklärt, ist? Die Chassinummer. Also wir haben 325 Autos insgesamt schon gebaut. Das bezieht sich jetzt nicht, beschränkt sich nicht auf das Modell, auf die G55 alleine. Genau, aber es gibt noch jüngere. Noch jüngere. Also spannendes Projekt, wie ich finde. Und ein weiterer Farbklecks in der ADAC GT4 Germany. Cedric, größte Herausforderung am Nürburgring wird sein, zum Saisonstart? Es ist schwer. Wir wissen natürlich nicht, wie die BOP steht. Und ich bin gespannt, wie sich das ganze Feld einsortieren wird, wo wir uns einsortieren werden. Ich habe ein gutes Gefühl, aber man kann natürlich vorher nichts sagen. Aber ich freue mich riesig auf dem Nürburgring wieder im Cockpit zu sitzen. Ihr geht mit Sicherheit nochmal testen? Natürlich. Ja, wie läuft so ein Test dann ab? Beide Fahrer ein bisschen eingrooven und dann Setup arbeiten. Gucken, dass man die richtige Kombination findet mit dem, was man hier einstellen kann. Man sieht das hier so schön, der Sturz nach vorne, rechts gedreht. Da kann man wirklich zahlreiche Dinge machen. Genau, wir haben viele Möglichkeiten. Wir machen die Testtage auch immer zusammen. Gucken, dass wir für beide das optimale Setup herausfinden. Wir sind uns da aber sehr ähnlich und wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, weil die Saison geht langsam wieder los. Deswegen müssen wir ein bisschen aufräumen hier in der Halle, sonst kriege ich irgendwann noch Ärger. Wir müssen einfach die Haube wieder drauf machen vorne. Da musst du mir nochmal helfen, dass wir hier auch anständig alles zurücklassen. Kann man zumindest so jetzt wieder das Auto verladen. Ich danke dir für deine Zeit, dass du gekommen bist, das Auto selbst gebracht hast und dass wir einen Einblick bekommen haben in eines der neuen Hersteller. den neuen Hersteller in der ADAC GT4 Germany. Sicherlich ein toller Farbplex und ich bin gespannt, wie er dann aussehen wird. Wie er dann in Fahrt am Nürburgring uns präsentiert. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für die Zeit. Würde ich jetzt gerne hier dann im Prinzip fertig machen. Wir müssen uns ein bisschen zusammenräumen, weil das nächste Mal, wenn wir uns sehen, sind wir am Lausitzring zum Testen. Deswegen ganz kurz im Moment. Schaut euch noch mal ganz kurz die Ginette an. Ich habe ja gesagt, wir müssen ein bisschen aufräumen. Also wird das Set jetzt hier abgebaut. Alles richtige aufladen, genau. Set wird abgebaut. In 14 Tagen geht es los mit dem offiziellen Test am Lausitzring. Und in vier Wochen dann Renn 1. PS on Air, der Ravenol ADAC GT Masters Talk aus Wiesbaden sagt damit erstmal Dankeschön und eine gute Zeit. Und in zwei Wochen dann live vom Lausitzring mit Motoren, mit fahrenden Autos und strahlenden Rennfahrern, weil sie einfach wieder hinterm Lenkrad sitzen dürfen. Also, gute Zeit. Bis dann. In 14 Tagen. Nicht nur den Aust-Audi hier abräumen. So, können wir das hier schön abstellen, genau. Dann können wir die Autos hier wieder rausfahren. So, erst die Ginette, dann den Audi. Also, macht's gut. Tschüss. zz. . Okay? Vielen Dank.